Stimmen die Geschichten über euch, Senior? Oh, ihr wart der Gouverneur von Florida? Si, si. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen.